Hallo! Nicht erschrecken! Ich sehe anders aus. Ich habe heute ein Tutorial zu diesem Make-up. Wer kann es erraten? Es ist natürlich Joker. Man sieht es auf den ersten Blick. Hoffe ich zumindest. Warum ich das mache? Ich habe gerade Motto-Woche in der Schule. Vielleicht habt ihr das ja schon auf Instagram gesehen. Wenn nicht, dann guckt da mal vorbei, wenn es euch interessiert, wie ich asozial bin. Oder hippiemäßig oder erster Schultag mäßig aussehe. Oder halt heute. Und da ich dachte, dass das hier ganz cool werden könnte, schminke ich euch das einfach ab. Also, ja, wenn ihr sehen wollt, wie das hier geworden ist, oder wie das entstanden ist, dann bleibt dran. Oder, ja, wie sagt Joker, why so serious? Man weiß es nicht. Aber, ja, dann bleibt dran. 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 So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet irgendwie Spaß oder Inspiration für Karneval oder Halloween oder was auch immer. und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!